Okay, also falls euch irgendwas im Bazar auf dem Bazar gefällt, sagt ihr Çok güzel! Sagt mal! Çok güzel! Super! Und wenn ihr sagt, hey nee, komm der Preis, der geht wirklich gar nicht Onkel, jetzt macht doch mal was mit dem Preis. Dann sagt, oh yapma be! Oh yapma be! Das heißt so viel wie, Alter hör doch auf man! Okay, wir können auch einmal auf drei zählen, das geht ganz einfach in der Türkei. Wir, ichi, ütch. Also wir, ichi, ütch. Ihr jetzt? Ihr, ichi, ütch. Genau, S, W, R, ütch! Super! So, hast du es verstanden? Was hieß Tschüss? Ein Gürrisch-Gürrisch zu sagen! Ein Biererlütfen! Was hieß was? Ein Bier bitte! Wir drei Erlebnistrips mit Stars! Oh dir, ichii, ütch. Der ist einen Bier.